Okay Leute, wie soll ich das erklären? Jo Leute, wie geht's euch? Herzlich Willkommen zum letzten Video im Jahr 2020. Das Jahr 2020 hat echt gut begonnen, aber leider ist das letztes Jahr... Shit. Coronavirus ist jetzt auf der Welt willkommen auf 2020. Und wie soll das machen? Richtig, einfach nur mit Masken zu gehen und dann sowas machen. Das ist doch unverschämtheit jetzt. Und das ist echt glücklich, jetzt langsam richtig die Stauze voll zu machen hier. Also, wir fahren jetzt ganz nochmal von vorne an. Erstes Jahr war ich mit den... In diesen Jahren habe ich drei neue Channels gegründet. Drei neue Channels. Ähm, wie wird das weitergehen hier auf diesem Channel? Also, es wird dann am 1.1.2021 einen 4. Kanal starten. Und zwar der YouTube Peter TT. Und das wird dann als so eine Art 4. Kanal aussehen. Wo ich nur noch aktuelle Mario 2 Content mache. Zum Beispiel über mein Level. Auch noch ein bisschen Gameplay. Ich muss mal alles gucken, wie ich mal meine Kamera und so machen. Aber... Ich muss das irgendwas irgendwo hinkriegen. Aber ich muss das irgendwann gucken, wie ich das mache. Also, schalt morgen ein. Diese Ausgabe ist jetzt eine Premiere aus meinem Kanal. Wenn ihr noch trotzdem abonniert diesen Hauptkanal, dann macht es jetzt trotzdem. Ich will meine tausend Abonnenten erreicht machen, dass ich meine Videos modernisieren kann. Ich bin als kleiner YouTuber aufgewachsen und ich kann nichts machen. Deshalb gucke ich so wenig Videos hier. Und Leute, klicken auf dieses Video drauf. Und das ist wirklich meine letzte Chance. Das ist wirklich meine letzte Chance hier auf diesem Channel. Und das ist wirklich nicht mehr lustig heute. Ich habe jetzt langsam wirklich die Chance voll. Also, bitte klickt auf das Video drauf. Okay? Besuchen mal auf meinem 4. Kanal. Also, kommen unter Wartungen. Also, kommen unter Wartungen. Okay? Kommen unter Wartungen. Es wird bald das 4. Kanal jetzt weiterhin trotzdem weiter betrieben. Von mir erstellt. Ihr könnt auf meinem 4. Kanal vorbeischauen. Das ist so ein Super Mario Maker 2 Gaming Kanal. Und das ist mein Haupt Gaming Kanal. Also, das ist der zweite Gaming Kanal von mir. Also, wenn ihr es weiterhin trotzdem Super Mario Maker 2 Content sehen wollt, dann abonniert meinen 4. Kanal. Und dafür aktiviert die Glocke, um keine Videos zu verpassen. Es kommt dieses Mal ein Twitch Stream Highlight raus. Und das ist ein Twitch Stream Clip. Den ich damals mit OBS aufgenommen habe. Ähm, bitte nicht persönlich nehmen. Ähm, ich würde dafür eine kleine Entschuldigung machen, dass ich das trotzdem nutze. Das ist für mein Content. Um die Leute ein bisschen aufmerksam zu machen. Um die Leute, ähm, auf den Twitch Streamer Follower darzulassen. Das waren auch die besten Follower standzulassen hier. Es kommt manchmal regelmäßig auf YouTube Streams. Zum Beispiel von Kylian, BlueX2, etc. Und so. Twitch Stream... Ich weiß es auch nicht. Deshalb, abonniere diesen Kanal und... Und abonniere meinen 4. Kanal und aktiviert die Glocke, um keine Videos zu verpassen. Ihr könnt aber auch in die Kommentare schreiben, was ihr für den nächsten Content wollt. Auch diesen Hauptkanal. Auf der Hauptkanal kommt irgendwann bald wieder EXC-Formate wieder zurück. Seit, ähm, seit... Ähm, was habe ich damals ausgemacht und so. Aber... Ja, aber sonst ist das eigentlich egal. Ich mache auch so aktuellen Nintendo-Contents. Zum Beispiel in Nintendo-Horo-Game. Oder so. Aber... Das ist okay. Also Leute. Vielen, vielen, vielen herzlichen Dank. Das ist mein letztes Abschieds... Gruß. Ich sag jetzt... Tschüss. Wir sehen uns dann... Im neuen Jahr... Zum Video auf meinem 4. Kanal. Wenn ihr noch weiter auf meinem 4. Kanal abonniert wollt, dann geht ihr jetzt ein Abon da lassen. Am Morgen... Pünktlich um 18 Uhr kommt das erste Video online auf dem 4. Kanal. Wenn ihr trotzdem weiterhin sehen wollt, dann abonniert meinen Kanal und aktiviert die Glocke und lasst einfach ein cooles Kommentar da. Und ich werde dann irgendwann ein nächstes Video einblenden. Also Leute. Vielen, vielen, vielen herzlichen Dank. Frohes neues Jahr. Und danke für alles. Wir haben jetzt schon die 10.000 Aufrufe erreicht in diesem Jahr. Hoffentlich schaffen wir auch die 20.000 Aufrufe in diesem Jahr noch. Also Leute. Vielen, vielen, vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen. Hoffentlich euch, dass das Video gefällt. Hinterlasst einfach noch einen Daumen rum da. Abonniert diesen Kanal, wenn ihr keine Videos so verpassen. Und... Bis bald. Ciao. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017